Spionage, Ermittlungen und Korruptionsvorwürfe. Seit Wochen sind es solche Schlagzeilen, die den Europawahlkampf der AfD überschatten. Heute wurde die Immunität von AfD-Politiker Büstron aufgehoben. Die Generalstaatsanwaltschaft München leitete Ermittlungen wegen des Anfangsverdachtes der Bestechlichkeit ein und durchsuchte mehrere Objekte. Konkret wird Büstron vorgeworfen, gegen Bezahlung russlandfreundliche Darstellungen verbreitet zu haben. Und zwar in Interviews auf dem prorussischen Internetportal Voice of Europe. Ein Verdacht, der auch gegen Maximilian Krabe steht, den AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl. Beide bestreiten, dass sie für ihre Auftritte Geld bekommen haben. Über die Ereignisse heute berichtet Thomas Reichert. Es ist kurz nach 9 Uhr, als es hektisch wird vor dem Immunitätsausschuss des Bundestages. Der hat gerade eine schwerwiegende Entscheidung getroffen. Ein dringender, gravierender Vorwurf gegen einen AfD-Kollegen. Und der wird jetzt sofort im Plenum behandelt, damit wir keine Zeit verlieren. Wenig später im Plenum. Aufregung bei der AfD-Führung. Der Bundestag unterbricht die laufende Sitzung, entzieht Peter Büstron die Immunität. Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Geldwäsche. Fast alle stimmen zu, nur die AfD enthält sich. Nach Informationen von ZDF Frontal und Spiegel liegen deutschen Sicherheitsbehörden Abschriften von Audiodateien vor. Darauf soll Büstron bei einer Geldübergabe zu hören sein, mit einem mutmaßlichen kremlnahen Agenten. Während seine Berliner Wohnung in Wannsee, sein Bundestagsbüro und andere Objekte durchsucht werden, ist Büstron zunächst nicht erreichbar für Fragen. Vor einem Termin im Bundestag treffen wir ihn kurz und sprechen ihn danach noch einmal an. Büstron, ich würde Sie nochmal gerne fragen. Ja, kommen Sie mit. Was sagen Sie zu den Durchsuchungen bei Ihnen? Haben Sie einen Kommentar dazu? Ja, habe ich, aber nicht für das CDF. Ich gebe das den freien Medien, den alternativen Medien. Okay, Sie verbreiten Verschwörungstheorien. Haben Sie Geld aus Russland? Die AfD kritisiert, die Ermittlungen würden den Europawahlkampf beeinflussen. Büstron steht auf Platz 2 der AfD-Liste. Er selbst teilt später mit, die Vorwürfe seien, Zitat, an den Haaren herbeigezogen. Wir gehen nach Berlin zu Nicole Diekmann. Nicole, wie schätzt du die neuen Entwicklungen für die AfD und Büstron ein? Büstron, wir haben das ja gerade im Beitrag gesehen, steht seit Wochen im Zentrum der Affäre um die pro-russische Propaganda-Plattform Voice of Europe. Er streitet zwar ab, Geld angenommen zu haben, aber natürlich ist der Druck mit dem heutigen Tag auf ihn nochmal enorm gestiegen und damit auch auf die gesamte AfD. Büstron ist die Nummer 2 der Europawahlliste und auch die Nummer 1 der Spitzenkandidat Maximilian Krah taumelt von Affäre zu Affäre. Bei ihm geht es auch um große, vielleicht zu große Nähe zu Russland, aber auch um China. Ist die AfD käuflich für Regime? Diese Frage erfährt regelmäßig neue Nahrung und macht die Partei nervös mit Blick auf Umfragen und die anstehende Europawahl. Zumal, wie wir soeben erfahren haben, vorhin auch die Immunität eines weiteren AfD-Abgeordneten aufgehoben wurde. Da geht es um Hannes Gnauck. Der ist der Vorsitzende der Jungen Alternative und ehemaliger Zeitsoldat und in seinem Fall lautet der Verdacht auf Verstöße gegen das Soldatengesetz. Danke für diese Information nach Berlin, Nicole Diekmann. Ein rechtspopulistischer Kurs, der scheint in den Niederlanden regierungsfähig zu sein. Sechs Monate nach der Parlamentswahl präsentierte Wahlsieger und Rechtsaußen Wilders heute eine Koalitionsvereinbarung. Vier rechtskonservative bis rechtspopulistische Parteien wollen eine deutliche Verschärfung der Asylpolitik. Um das Bündnis zu ermöglichen, verzichtet Wilders auf den Ministerpräsidentenjob. Der bleibt vorerst offen. Mehr von Isabel Schäfers. Er ist am Ziel. Der Rechtspopulist Wilders war lange Jahre von den anderen Parteien gemieden worden. Jetzt ist er Teil der Regierungskoalition. Wir schreiben heute Geschichte. Meine eigene Partei rückt ins Zentrum der Macht. Die Sonne wird wieder scheinen in den Niederlanden. Es wird sich viel bei uns verändern. Aus den Wahlen im November ging Wilders als klarer Sieger hervor. In den Koalitionsverhandlungen mit den drei rechten Parteien wurde aber klar, nicht alle würden ihn als Premierminister mittragen. Und so verzichtete Wilders auf das Amt. Für die anderen ist die Zusammenarbeit mit Wilders Freiheitspartei dennoch eine Zäsur. Aber die Wähler haben sich klar für einen Mitte-Rechts-Kurs ausgesprochen. Und wir nehmen diese Verantwortung für ein sicheres, stabiles und starkes Niederlande ernst. Eine radikal verschärfte Asylpolitik. Mehr Atomkraftwerke. Die Anhebung des Tempolimits. Das sind einige der Vorhaben. In den Niederlanden schauen die meisten gelassen auf die neue Regierung. Es gibt keinen Aufschrei, keine Proteste. Es überwiegt der Pragmatismus. Wir haben drei Parteien, die nie wirklich regiert haben. Das kann man sagen, das ist problematisch und das ist vielleicht ein Abenteuer, gefährliches Abenteuer. Man kann auch sagen, das ist Demokratie. Dass jetzt andere Leute wie die etablierten Parteien jetzt eine Chance haben, um etwas zu gestalten. Wer neuer Regierungschef wird, steht noch nicht fest. Aber Gerd Wilders wird als Vorsitzender der stärksten Fraktion im Parlament vermutlich viel Einfluss auf die Politik der neuen Regierung haben. Heute war der Tag der Wahrheit bei der Frage, wie viel finanziellen Spielraum die Ampelregierung für ihren Haushalt 2025 hat, über den ja heftig gestritten wird. Jetzt steht fest, Bund, Länder und Kommunen müssen mit deutlich weniger Steuereinnahmen klarkommen. Laut aktueller Steuerschätzung fließen 2025 21,9 Milliarden Euro weniger in die Kassen als noch im Herbst berechnet. Insgesamt erwarten die Steuerschätzer Einnahmen von rund 995,2 Milliarden Euro. Für Finanzminister Lindner ist klar, neue Spielräume gibt es keine. Andreas Huppert. Man hat es schon geahnt. Gute Nachrichten in Sachen Steuern hat der Finanzminister nicht im Gepäck. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat gerechnet und analysiert. Unterm Strich kommt raus, die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen werden sinken. Das Ergebnis der Steuerschätzung zerstört also die Illusion all derjenigen, die vielleicht vermutet haben, dass das Geld einfach so vom Himmel fällt und uns davon befreit, fiskalische Notwendigkeiten zu erkennen. Fast 22 Milliarden Euro weniger in der Kasse. Eine Nachricht zu unpassender Zeit streitet doch die Ampelregierung seit Wochen über den Haushalt. Lindner will, dass alle Ministerien sparen. Doch der Verteidigungsminister zum Beispiel will nicht weniger, sondern mehr Geld für die Bundeswehr. In Zeiten, in denen ein Krieg quasi vor der Haustür wütet. Die Verhandlungen mit dem Finanzminister dürften nicht einfacher werden. Mein Gespräch mit Christian Lindner, beziehungsweise ihm und seinem Team, war außerordentlich kollegial, offen und herzlich. Sie werden verstehen, dass ich im Stadium der Haushaltsverhandlung, in dem wir gerade sind, Abstand nehmen möchte, davon Wasserstandsmeldungen oder Zwischenstände verlautbaren zu lassen. Die CDU-Opposition sieht die Regierung in der Pflicht. Nicht streiten müsse die Devise sein, sondern es sei in der Zeit, endlich einen belastbaren Haushalt zu präsentieren. Die Ampel muss jetzt diesen Streit um den Etat sehr, sehr zügig beenden. Wenn das jetzt nicht in den nächsten Wochen und zwar ganz verbindlich der Fall ist, dann werden wir weiterhin verunsicherte Verbraucher und weiterhin verunsicherte Investoren haben. Die Steuerschätzung von heute macht es für den Finanzminister sicherlich nicht leichter, bis zum 3. Juli einen fertigen Haushalt zu präsentieren. Holen wir Shakuntala Banerjee in Berlin dazu. Shakuntala, fehlende Steuereinnahmen im zweistelligen Milliardenbereich für nächstes Jahr. Wie explosiv wird das im ja eh schon arg angespannten Haushaltsstreit der Ampel? Ja, da lohnt sich tatsächlich ein Blick auf die Ausgangslage, denn die ist eigentlich relativ klar. Der Finanzminister hat die Ausgaben gedeckelt, der Bundeskanzler unterstützt das und beide braucht man auf die Schuldenbremse gar nicht anzusprechen. Die lehnen ein Aufweichen der Schuldenbremse und ein Aussetzen ab. Also da ist kein Geld zu holen, wenn es nach Scholz und Lindner geht. Trotzdem haben mindestens sechs Ministerien deutlich mehr Ausgaben angemeldet als vorgegeben. Und jetzt gibt es eben auch noch voraussichtlich 11 Milliarden Euro. Allein für den Bund weniger Einnahmen als vorausgesehen. Das erhöht natürlich nochmal ganz ordentlich den Druck, der da jetzt in diese Verhandlungen reinkommt. Bisher will keine der drei Parteien die Koalition deswegen platzen lassen. Das machen sie an allen Stellen immer wieder klar. Trotzdem möchte auch keiner bei seinen Herzensangelegenheiten sparen. Christian Lindner hat die Pressekonferenz heute noch einmal dazu genutzt, zu sagen, wo er Sparmöglichkeiten sieht. Nämlich beim Sozialen, zum Beispiel beim Bürgergeld. Da ist der Widerstand aus der SPD schon mal sicher. Und auch die Grünen werden da sicherlich mit Blick zum Beispiel auf die Kindergrundsicherung Einspruch erheben. Also es werden sehr, sehr harte Verhandlungen. Einfacher ist das heute nicht geworden. Schakundala, vielen Dank nach Berlin. Und jetzt zu einer Nachricht, die mit Spannung erwartet wurde. Der Elektroautobauer Tesla kann sein Gelände in Grünheide südöstlich von Berlin erweitern. Die Gemeinde hat dafür vor wenigen Minuten grünes Licht gegeben. Das Unternehmen von Elon Musk will einen Güterbahnhof und weitere Lagerflächen bauen. Umweltaktivisten protestieren seit Wochen gegen den Plan. Die Erweiterung würde die Umwelt und die Wasserversorgung der Region gefährden. Ursprünglich war die Rodung von über 100 Hektar Wald vorgesehen. Nach Protesten wurde die Fläche um die Hälfte reduziert. Im einzigen europäischen Tesla-Werk arbeiten mehr als 12.000 Menschen. Die Europäische Kommission hat ein Verfahren gegen den Social-Media-Konzern Mieter eröffnet. Es geht um mögliche Verstöße gegen ein EU-Gesetz, das digitale Dienste zum Jugendschutz verpflichtet. Konkreter Verdacht. Angebote von Mieter, etwa Facebook und Instagram, förderten bei Kindern ein Suchtverhalten. Die Gefahr bestehe, dass Minderjährige im Netz so gefesselt werden, dass sie nicht mehr herausfinden. Auch die Alterskontrolle des Konzerns gebe Anlass zur Sorge. Schauen wir jetzt in die Slowakei, wo am Tag nach den Schüssen auf Regierungschef Fizzo eine Debatte über das aufgeheizte gesellschaftspolitische Klima im Land begonnen hat. Von einem Teufelskreis des Hasses spricht die Staatspräsidentin Robert Fizzo selbst ist nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Sein Zustand sei aber weiter sehr ernst, sagen die Ärzte. Christian von Rechenberg berichtet. Robert Fizzo hat die Nacht überlebt. Fünf Stunden Not-OP. Am Nachmittag geht der designierte Staatspräsident vor die Kameras. Er habe mit Fizzo gesprochen. Er war sehr, sehr müde und er ist in einer schwierigen Situation. Lange reden konnten wir nicht. Das Attentat dominiert die Schlagzeilen. Die Menschen in Gedanken beim schwerverletzten Regierungschef und in Sorge, wie es mit der politisch aufgeheizten Slowakei weitergeht. Die amtierende Staatspräsidentin versucht zu beruhigen. Als Gesellschaft leben wir in einer Zeit vieler Konflikte. Aber bitte lasst uns diese nicht auf der Ebene des Hasses austragen. Wir sind ein Land, eine Nation und zusammen mit nationalen Minderheiten schaffen wir eine menschliche Gesellschaft. Sondersitzung der Regierung und des Sicherheitsrats. Man kündigt harte Strafen gegen Internetnutzer an, die das Verbrechen gut hießen. Zudem solle sich die Presse bei der Berichterstattung mäßigen. Man kann zusammenstehen, trotz aller Unterschiede. Das ist das Signal, das heute von der slowakischen Staatsspitze ausging. Auch die Regierung rief dazu auf, Hass und Hetze zu beenden. Doch aus ihrer Sicht müssen da andere den ersten Schritt machen, die Opposition und die Medien. Gegen den mutmaßlichen Schützen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet. Der 71-Jährige soll ein radikalisierter Einzeltäter sein und sein Angriff politisch motiviert. Beim Wetter kommt von Südwesten her einiges auf uns zu. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen auch morgen noch. Erste kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel gab es am Nachmittag in Bayern. Straßen standen unter Wasser. Auf der A9 kam es zu Aquaplaning. In Saarlouis im Saarland lief eine Tiefgarage in der Innenstadt voll. Am Abend und in der Nacht werden weitere heftige Niederschläge erwartet, die dann bis nach Nordrhein-Westfalen ziehen.